Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Hallo zusammen! An Staffel 2 schon ein bisschen, aber liegt auch daran, dass wir die eben gerecapt haben und auch ich konnte da so die ein oder andere Parallele auch zu dieser Folge da feststellen, aber ich hab's noch nicht, ich hab erst halt zwei vergleichbare Episoden im Kopf, so ein richtiges Muster, aber auf jeden Fall sind da einige Sachen, auf die wir zu sprechen kommen, sicherlich schon mal aufgetaucht. Ja, aber deutlich schon mal aufgetaucht und auch in dem gleichen Sideframe, in der gleichen Episode, in der jeweiligen Staffel, das ist schon geradezu erstaunlich, wie... Ich würde wirklich mal gerne einen Tag da mit Jon Favreau im Writers Room verbringen und mir angucken, wie er das macht. So bestimmte Story-Bausteine, die er irgendwie hin und her schiebt oder so ein Raster entwickelt, wo er immer so Sachen dran pappt, keine Ahnung. Die Episode trägt den Titel. Die Minen von Mandalore, da wollten wir ja hin und zum Glück kann man sagen, es wird dieses Mal nicht weiter aufgeschoben, wir begeben uns auch unmittelbar. Ja, am Anfang, am Anfang gibt's kurze Sequenzen, hab ich gedacht, oh bitte mach doch jetzt keinen Fass weiter auf mit diesem Roboter-Teil da. Aber das hat sich ja relativ schnell gelöst und ich weiß nicht, willst du jetzt direkt auf Mandalore starten oder wollen wir kurz über diese Prologs reden? Nein, den werden natürlich von Anfang an beginnen, aber wie immer wollte ich noch kurz erwähnen, dass diese Episode wurde inszeniert von Rachel Morrison, die bisher eher als Kamerafrau auf sich aufmerksam machte. Sie hat bei vielen Filmen die Kamera geführt, unter anderem bei Dope oder Black Panther unter anderem und hat auch schon ein paar Regiearbeiten vorzuweisen im Serienbereich, unter anderem Quantico und American Crime Story. Also eine versierte Seriendame, die hier auf dem Regiestuhl saß und ich bin mal gespannt, wann wir wieder solche typischen Nerd-Favorites sehen, die hier Regie führen à la Robert Rodriguez. Ich glaube, das wird uns in dieser Staffel auch noch erwarten. Aber ja, rein inszenatorisch hat die Frau keinen schlechten Job gemacht, nur ja, das Skript, mit dem sie arbeiten muss, aber dazu später halt nicht. Und ja, genau, wir beginnen, wie so oft, auf Tatooine und es gibt eine Riesenfeier, es gibt Pottrennen, es gibt Feuerwerk und ich frage mich, ist das etwas, was man als Star Wars Fan kennen sollte? Wurde das in der Loa schon mal erklärt? Wurde das hier in der Episode erklärt? Was war das für ein Fest? Das fragst du mich jetzt. Ich habe mich nur geärgert, dass man nicht viel, also dass man so weit weg war und man nur so ein bisschen Feuerwerk gesehen hat und nur so ein paar und da man stattdessen dann in den Hinterhof da eintaucht, keine Ahnung, was das da war. Ja, ich meine, man wollte wohl die Szenerie ein bisschen lebendiger wirken lassen, einfach nur wieder mal Bumm, Tatooine, Schiff liegt vorbei, war ein bisschen öde. Also zu immerhin Kudos for them, wenn es um das Visuelle hier geht, das war ein netter Einstieg, finde ich so. Ja. Und wir sehen ein Fan-Favorite, die gute Pellimoto ist wieder da. Wie immer in Schrauberaktivitäten und schmierige Geschäfte verwickelt. Und hier ist eine kleine Sache, die sie beibehalten haben, die ich ganz nett finde als Detail. Du hast ja nicht The Book of Boba Fett gesehen, wie wir letzte Woche erwähnt haben. Ich habe gedacht, wir werden jetzt mit dieser Erklärerei fertig, aber hier muss ich dann nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Denn du hast mit Sicherheit auch bemerkt, dass Pelli ein Zahn fehlte. Ich musste erstmal überlegen, wer sie ist. Es tut mir leid. Aber ja, erzähl mir mehr. Ja, also Pelli wurde ja wirklich zum Fan-Favorite-Charakter und in The Book of Boba Fett ist sie ja auch dabei. Und im großen Showdown von The Book of Boba Fett kommt es zu einer Verfolgungsjagd, wo Druiden dieses Gefährt zerstören, in dem sich Mando, Pelli und Grogu befinden. Die beiden fliegen im rohen Bogen daraus. Pelli schlägt mit dem Kopf auf und verliert einen Zahn. Und das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber einfach nur der Continuity halber finde ich es lustig, dass sie das hier beibehalten haben und ihr fehlt immer noch ein Zahn. Da sind die Konsequenzen, von denen wir immer sprechen. Genau. Damit ist es wohl irgendwo auch realistisch, dass sich das Star Wars-Universum hier vielleicht auch ein bisschen den Krankenkassenverhältnissen in den USA annähert. So ein neuer Zahn ist halt zu teuer für so eine Mechanikerin. Ja, werden wir auch noch subtil ganz gesellschaftskritisch hier. Ja, Pelli hat einen Deal am Laufen und verkauft, glaube ich, einen Speeder oder möchte einen Speeder an den Mann bringen. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen wie immer mit Jawas, mit verärgerten Kunden, ein bisschen Geplänkel. Und Mando rauscht an mit der Bitte, einen neuen Druiden zu bekommen. Einen neuen Druiden, der Atmosphären untersuchen kann. Denn er will nach Mandalore und er will feststellen, wie giftig ist die Atmosphäre dort. Kann man dort atmen? Ist Mandalore wirklich verflucht? Und wir haben noch ein bisschen Blabla über einen Druiden, der dafür gut geeignet wäre, aber nicht so richtig will. Und diese ganze Eröffnungssequenz ist eigentlich, wie ich gerade feststelle, wirklich nur Filler gewesen. Also wir sind ja erstmal mit dem Wissen rausgegangen, dass er dieses Ersatzteil gesucht hat. Er wollte ja diesen einen speziellen Druiden haben. Und er wollte ja nach diesem hier Ersatzteil, diesen Gedächtnisschaltkreis, den er letzte Woche nicht gefunden hat. Oder nach dem war er ja auf der Suche, weil er ja eigentlich den speziellen Druiden wollte. Jetzt blitzt er aber auch hier ab. Das heißt, nee, auch hier gibt es diese Teile, diese Teile gibt es nicht mehr, werden nicht mehr verkauft. Und dafür, dass er letzte Woche noch so versessen darauf war, dann doch mit diesem Druiden loszufliegen, arrangiert er sich dann ziemlich schnell oder lässt er sich ziemlich schnell bequatschen, da dieses Ding da mitzunehmen, wo ich mir gedacht habe, ach, jetzt noch so ein wortloser, ein bisschen verpeilter Druide. Brauche ich das für die Folge? Ja, es ist ja eine R-Einheit, eine R-Fünf-Einheit. Die machen immer nur blibdi-blabdi-blub und sprechen nicht. Ja, ich fand einfach diesen Comedy-Ansatz da so ein bisschen blöd. Deswegen kam mir dieses ganze Gerangel da am Anfang wirklich wie Filler vor. Ja, und es ist vor allen Dingen auch, ich finde es im Hinblick auf die Probleme, in Anführungszeichen, die wir letzte Episode hatten, nämlich, dass das ja ein Thema war, dass wir jetzt diesen Druiden nicht repariert bekommen. Aber es ist doch so wichtig, dass wir den brauchen, weil Mandur darauf bestanden hatte. Und hier jetzt wird innerhalb der Öffnungssequenz, ja gut, dann nehme ich halt doch den anderen. Das wirft nochmal so ein Licht auf die Einstiegsepisode, wo ich mir denke, ja, warum gab es da in der letzten Folge dann so ein Konfliktpotenzial darum, wenn es eigentlich ganz schnell wieder gelöst ist? Ja, das stimmt vollkommen. Man bedenke auch noch, was Greef Karga gesagt hat. Wir haben hier so viele Druiden, wir finden einen für dich. Und dann, nein, er nimmt stattdessen den, der jetzt wirklich, also, ja wirklich nicht vertrauenswürdig und auch nicht wirklich eben kompetent und so weiter aussah. Und auch noch panische Angst hat vor der Mission und nicht seinen Job dementsprechend machen würde. Ja, das stimmt, das ist mal wieder so, ja. Aber das ließe sich ja ganz einfach vermeiden. Also, ich habe mir jetzt sowieso mehrfach während der Folge gedacht, leg doch einfach die Eins und die Zwei zusammen. Das hätte man wahrscheinlich beides in einer halben Stunde erzählen können. Aber, ja gut. Ja, so funktioniert das da einfach nicht. Das ist, das ist schwierig, weil die Episoden sind so schon nicht so lang. Man muss auf acht Episoden kommen und es wäre hier wirklich mal, und das merkt man in der Folge davor und das merkt man in der Folge ja auch, ein Writers Room mit mehreren Autoren würde bei dieser Show Wunder helfen und Wunder bewirken. Ich weiß nicht, warum Jon Favreau so versessen darauf ist, das alles alleine zu schreiben. Er hat da vielleicht auch einen gewissen Stolz. Aber, ja, wir haben jetzt zwei Episoden hinter uns und da sind wieder eine Menge Dinge drin, wo du dir denkst, das war wirklich irgendwie nur, um die Episode voll zu kriegen. Ja. Und, also, es fehlt wirklich an richtigen Ideen, die die Folge jetzt so durchtragen. Auch in dieser Folge gibt es echt ein paar Sachen und stellenweise wiederholt sich diese Folge ja sogar in sich selbst, wo dann diese Story-Elemente selbst da, in Anführungszeichen, recycelt werden. Das ist schade. Stimmt. Ja. Oder hätte man zumindest in der ersten Episode das alles abgehandelt und die erste Episode hätte damit geendet, dass er auf Mandalore landet. Und dann hätten wir jetzt in der zweiten sofort erstarten können. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, wir sollten uns wirklich als Writer irgendwie bei Disney bewerben. Ganz, ganz bescheiden sagen wir jetzt einfach mal, wir könnten da auch ein bisschen gut aushelfen. Ja, er entscheidet sich für R5. Und wir fliegen dorthin und Mando spielt ein bisschen Daddy und erzählt Grogu was. Unter anderem über das Kartenlesen, das genauso wichtig ist für einen Mandalorianer wie zu kämpfen. Und er zeigt ihm den Mond namens Concordia, auf dem er eigentlich aufgewachsen ist. Er war selber auch noch nie auf Mandalore. Und das war ganz nett, finde ich, dass er ein bisschen Daddy spielt, ein bisschen überall einweist, ihm versucht, ihm Sachen beizubringen. Das lässt die beiden authentischer wirken, als Vater-Sohn-Gespann, als immer nur dieses, wir geraten in Schwierigkeiten und ich muss dir was zu essen besorgen und ich muss dich davon abhalten, Blödheiten zu machen. Das war in dem Rahmen doch ein ganz netter, fürsorglicher Daddy und Sohn-Moment. Ja, ich wollte einfach eigentlich nur auf die Oberfläche von Mandalore. Also mir war das da oben so, ja, das ist jetzt hier halt kurz zwischengeschoben, aber eigentlich interessiert uns ja schon das, was dort unten stattfindet. Schon eher. Und wir fliegen also durch dieses Dickicht von Wolken und landen auf Mandalore und es ist karg, es ist zerstört, es ist trotzdem ziemlich riesig, aber es ist halt der Haupt-Eye-Catcher der Folge. Und dann natürlich die Frage, wie hat dir insgesamt das Design gefallen? Also ich finde, das Design hat schon so seinen Job erfüllt. Du konntest in diesen Ruinen schon erkennen, dass das einst eine riesige, blühende Zivilisation war. So ein bisschen Mando meets Lost Places, wie er da herumirrt. Es sah für mich eigentlich aus wie jede andere verlassene Großstadt oder so. Die Ruinen von so einer postapokalyptischen Zukunft, das hat mich schon sehr auch an andere Science-Fiction-Stoffe erinnert. Und es war auch ziemlich dunkel. Vor allen Dingen, wenn man dann da unten in den titelgebenden Minen herumspaziert ist, also da musste ich schon mal ein bisschen näher an den Bildschirm rücken, damit ich da ein bisschen was erkannt habe. In der Tat, dunkel ist das Stichwort. Das war auf Dauer im letzten Drittel der Episode wirklich ein bisschen unangenehm, finde ich. Das hat doch das Gucken deutlich geschmälert oder deutlich weniger spaßig gemacht. Aber ja, also mir war das schon ein bisschen vom Design her zu karg. Was mir da irgendwie gefehlt hat, waren Objekte oder vielleicht auch Gebäude, die mehr auf die Identität der Mandalorianer hinweisen. Ich hätte es halt cool gefunden, zum Beispiel, dann steht da so eine alte Statue, auf der irgendwie Schlingpflanzen sind oder sonst irgendwelche alten Reliquien, die völlig vermost und vermodert sind. Sowas hätte mir gefallen. Aber das war wirklich nur Stein auf Stein auf Stein. Genau, das meinte ich damit, wie also diese Ruinenstadt oder so, das kommt mir aus vielen anderen Sachen bekannt vor. Oder es wirkte halt so ein bisschen generisch wie eine Kulisse, die man da hingestellt hat. Der geht ja auch dann so ein bisschen durch und schaut sich verschiedene Sachen an, aber ich weiß komplett, was du meinst, ja. Ja, er schickt wie geplant R5 vor, der die Atmosphäre untersuchen soll und R5 verschwindet vom Radar, Mando geht hinterher. Ja, aber allein dieses, allein das, dass er nicht zurückkommt und dass Mando, na okay, dann gehe ich ihn jetzt halt suchen, das wirkt wieder so zusammengeschrieben. Das ist nichts, was sich, also würde Mando kluge Entscheidungen und so weiter treffen, dann wäre das halt nichts, was so zustande gekommen wäre. Sondern es muss jetzt halt irgendwie sein, damit wir dann die Folge auch noch eine andere Figur einbinden können und damit wir halt hier die 40 Minuten rumkriegen. Die war ja ein Stückchen länger als Folge 1, aber mh. In der Tat. Denn es kommt, ja, mir wirkte diese Sache mit, ich schicke R5 vor und er kommt nicht und ich muss ihn holen, damit wir halt eine Fight-Szene einstreuen können. Na klar. Weil wir hatten noch keinen Action-Moment bis dahin und Mando betrifft auf, ja, Höhlen-Trolle, Höhlen-Monster. Es sind Kreaturen, die es früher auch schon immer auf Mandalore gab, als die wilden Tiere dieses Planeten. Ich musste irgendwie, keine Ahnung warum, also eigentlich doch weiß ich warum, aber als Mando gegen diese Höhlen-Trolle kämpfte, musste ich ganz kurz an diesen Horror-Geheimtipp The Descent denken. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Mit diesen Freundinnen, die da klettern gehen in so einer Tropfsteinhöhle und dann kommen da so Trolle, die irgendwie, ich hatte das für mich The Descent-Vibes. Für mich, es war wieder so eine, sowas, was du einstreust und es aber gefühlt keinen richtigen Impact gibt, weil, also, du hast nie wirklich irgendeine Fallhöhe, du hast nie wirklich eine Härte. Du hast als Fan vielleicht, ach, guck mal hier, der schwingt jetzt das Darksaber oder so, das vielleicht, aber für mich gibt's ja bei diesem Kampf gar nichts, weil ich weiß, ja gut, der mäht die alle kurz nieder und dann geht's halt weiter. Ja, und bezüglich Kontinuität fand ich das auch seltsam, weil ich hätte eigentlich mittlerweile gedacht, dass er das Darksaber besser unter Kontrolle hat. Er hat in The Book of Boba Fett damit ein bisschen geübt und durfte es ja auch behalten, aber dann ist das immer noch so schwer für ihn und er kriegt es nicht richtig geschwungen. Ich dachte, er wäre da jetzt ein bisschen filigraner in der Art und Weise, wie er es handhabt. Ja, für mich hatte das, ich weiß nicht, die ganze Zeit so Vibes wie von so einem Computerspiel. So, er, die Mandalore ist jetzt die neue Map und er erkundet die da so und dann trifft er halt mal auf einen Gegner und dann muss er den kurz besiegen und dann geht er weiter und dann trifft er wieder ein. Also, das wiederholt sich so, es hat, es hat für mich so einen Videospielcharakter, aber auf einer ganz, ganz niedrigen Schwierigkeitsstufe. Gut, ein härterer Gegner kommt ja später noch. Ja, aber, boah. Das ist, was die Frage aufwirft, äh, Disney, wie heißt diese Videospielschmiede von Disney? LucasArts haben sie ja platt gemacht, als sie Lucasfilm gekauft haben, aber jedenfalls die Disney-Spiele-Schmiede. Warum gibt's noch kein Mando-Spiel? Das, das würde sich verkaufen wie geschnitten Brot, ehrlich. Warum pennen die da? Die verwandeln alles in Merchandise, verdammt nochmal. Du bekommst eher Mando-Spültücher für die Küche als ein Mando-Videospiel. Wie kann das sein? Was ich, äh, was ich aber trotzdem sagen muss, äh, obwohl sie hier ja auch so abgehen und dann da die Gegner treffen und dann später auch auf einen etwas mächtigeren, ähm, diese Folge hat sich für mich im Gesamten nicht so nach einer Stationsarbeit angefühlt wie letzte Folge. Weil man doch relativ viel an einem Ort oder an einem, in einem Setting verbracht hat und jetzt nicht da andauernd so A führt so B, B führt für A. Wir haben zwar auch eine ganz simpel gestrickte Erzählung hier, aber es hat mich jetzt nicht so, äh, rausgerissen wie bei, äh, der Folge 1. Das stimmt, weil hier war weniger, wir müssen Vertrautes etablieren und wir müssen alles in Position stellen. Wir verbringen viel Zeit auf Mandalore, wir erfahren etwas über die Vergangenheit, wir gehen hier in die Tiefe bei wenigstens einem Thema und haken nicht einfach nur die Checklist ab. Das hat diese Episode, der ersten Episode voraus. Ja, dann führt Mando R5 zurück zu seinem Gleiter, sie machen einen Scan und stellen fest, man kann dort atmen, so schlimm ist es halt doch nicht, wie es erwähnt wurde. Was natürlich etabliert werden muss, einzig und allein, damit man Grogu an der Story teilnehmen lassen kann und er nicht die ganze Zeit nur im Gleiter hockt. Mhm. Man holt ihn raus, die beiden springen runter, ganz, ganz tief nach unten in den untersten Bereich, denn da sollen ja diese Bäder sein, in denen Mando das Ritual vollziehen kann, um sich wieder reinzuwaschen, damit er wieder Teil der Gilde werden kann. Und sie gehen weiter, es gibt noch ein paar unangenehme Kreaturen, die erstmal nur böse gucken, aber nichts machen. Mhm. Und dann kommt ein wirklicher, ein wirklich gut getimeter Jumpscare, finde ich, und auch ein creepy desiginter Gegner, das muss man sagen, so enttäuschend diese komischen Trolle am Anfang waren, die wirklich zusammengeklaut waren vom Design, wo man sich gesagt hat, ja, passt schon. So viel besser fand ich dann, was danach passiert. Wie jetzt schon bei diesem, also bei diesem mechanischen, spinnartigen Wesen, was sich da aus diesem, aus dieser anderen größeren Maschine offenbart. Exakt. Ja. Und da war das erste Mal, und ich hab mich, wie gesagt, ich hab auch Staffel 2 jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, aber war Staffel, äh, Folge 2 von Staffel 2 nicht auch diese Folge mit den Spinnen? Ja, exakt. Das können wir jetzt wirklich mal kurz erwähnen. Ja. Deswegen hab ich am Anfang gesagt, ich würde gerne mal einen Tag mit Jon Favreau im Writer's Room verbringen und sehen, wie er da die Episoden zusammenpappt, zusammenschreibt und konstruiert, weil das kann doch wirklich nicht wahr sein. Weil ich hatte, ja, weil ich hatte überlegt, so mit dem, mit dem, mit dem Stift so an der Lippe und so, was könnte ich jetzt, und dann hat er, ich guck mal kurz, was, was wir letzte Folge, äh, letzte Staffel in Folge 2 hatten. Ah, Höhlen und Spinnen. Oh. Das, das berühmte George Lucas Zitat. It's like poetry. It rhymes. Das steht bei Absicht hinter. Denn, nur mal kurz zu erinnern, Staffel 1, Folge 2. Mando hat Probleme mit den Jawas und damit sie ihm die Teile zurückgeben, die sie ihm geklaut haben, soll er in eine Höhle gehen und dort ein Ei klauen, das sie haben wollen. Und er muss dann da mit so einem riesigen Hornvieh kämpfen. Staffel 2, Folge 2. Mando soll ja diese Eidechsenfrau, äh, zu einem anderen Planeten eskortieren und sie stürzen ja dann problembedingt auf diesem Eisplaneten ab und dann sind sie in einer Höhle und da gibt es riesige Spinnen, mit denen sie zu kämpfen haben. Und jetzt Staffel 3, Folge 2. Bei wieder eine Höhle und wieder ein Krabbeltier, wenn es auch dieses Mal mechanisch ist. Ich fand tatsächlich die, äh, wir sehen ja dann auch später noch so ein paar andere Tiere, die da lungern, das war alle so ein bisschen zusammengewürfelt, oder? Also jetzt mal auch diese, diese Trolle, diese Höhlenmenschen-Trolle da, dann gab es mal so ein, eben so ein mechanisch spinnigartiges Wesen, dann gab es auch so ein schlangenartiges Wesen, also es wirkte alles so ein bisschen so, was haben wir denn noch, äh, an Kreaturen-Designs irgendwo vorrätig. Ja, das war wirklich, das war wirklich sehr auf Sparflamme, aber wie gesagt, diese, dieses mechanische Spinnenvieh fand ich zumindest ziemlich creepy. Ja, das war schön, das war sehr schön auch, ja. Wie es dann da aus dem Boden kommt, ja, und dann Mandu halt so packt und du siehst halt so dieses, das ist so ein bisschen wie General Grievous, das ist ja halb mechanisch, halb alien und du siehst halt da so ein, richtig ein lebendiges Auge in diesem, in dem Kopf drin, das, äh, von innen halt diese Maschine bedient. Und ich fand diese Kreatur, die war zumindestens unangenehm vom Look her, die hatte einen Impact auf mich. Ja. Ja, und sie verschleppt Mandu, entledigt ihm seine Waffen, hält ihn gefangen, Grogu beobachtet das, versucht ihn mit der Macht zu befreien, aber es ist zu stark, der Käfig ist zu stark, er kann es nicht und Mandu kann sich auch nicht daraus befreien. Die Kreatur bemerkt, Grogu schießt auf ihn und Mandu gibt ihm nur noch einen Hinweis, beziehungsweise einen Befehl, flieh zu Bo-Katan. Und dann haben wir eine etwas, ich weiß nicht, unfreiwillig komische, äh, Chase-Sequent. Hatte was von, weil, von, von so einer Achterbahnfahrt irgendwie. Ich, ja vor allen Dingen, es geht halt darum, um Grogu, weißt du, die, die müssen sich mal entscheiden. Er ist entweder für niedliche Momente da oder man kann ihn langsam in einen Badass verwandeln. Aber er kann nicht immer nur der, der, der süße Publikumsliebling sein und dann will man ihn mehr an der Action teilnehmen lassen, dass, das, das ist dann einfach nicht so spannend, wie es vielleicht auf dem Papier wirkt. Du hast diesen, diesen kleinen Yoda da in seinem Pot davon schwirren und du hast dann diese Spannungsaufbaumusik. Dette, 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 das, 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 das konnte ich irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen. Ja, ich, ich auch nicht. Weil es natürlich auch klar war, also, worauf es hinausläuft. Natürlich, also, aber was, was, was soll passieren? Also, da kommt jetzt so ein Schlangenwesen von der Seite und frisst, äh, Grogu samt seiner, äh, Untertasse auf? Ja, das wäre aber was gewesen. Dann fabrikt Grogu. Ja. Ah. Twists, ne, a la Lost oder, ne, einfach so sich einem Charakter, Game of Thrones, einfach sich so einem beliebten Charakter entledigen. Ach nein, wo sind wir hier? Wir sind immer noch im Nachmittagsprogramm. Oder im Abend, so gut, wir sind im Streamingprogramm, kannst ja gucken, wann du willst, aber auch gut. Es gibt ja keine Kindersicherung, okay, das ist Disney. Ja, aber immerhin kann man ja wieder ein bisschen mehr damit zeigen, was er gelernt hat, denn es taucht wieder einer dieser Trolle auf und er schiebt ihn badass zur Seite mit der Macht, die er mittlerweile ja relativ gut unter Kontrolle hat. Und er macht einen super heftig coolen Hechtsprung zurück in den Gleiter und kann auch die Koordinaten eingeben. Ich glaube, dass, dass, dass es die Progression in Sachen Charakter, die man Grogu hier gibt, dass er halt, was die Macht betrifft, so weit fortgeschritten ist, dass er nicht nur damit Objekte bewegen kann, sondern eben auch mittlerweile weiß, wie man Raumgleiter bedient, wie man, äh, mit der Technologie umgeht. Vielleicht sind das auch in letzter Linie Dinge, die Mando beigebracht hat. Aber ja, er, das gefällt mir an der Episode. Er ist diesmal nicht nur das niedliche Maskottchen, er hat doch tatsächlich was zu tun. Ja. Ja. So ein Mindestmaß, komm schon, gib ihm das. Ein kleines, ein kleines bisschen, so. Weil dann hat er, dann hat er Glück, da muss er gar nicht mehr so viel machen, nachdem er jetzt hier, äh, zu Burkhartan fliegt, weil dann fängt die Episode gefühlt einfach nochmal von vorne an. Ja, er landet wieder auf dem Planeten, wo der Mandalorianer-Tempel ist und wir begegnen erneut Burkhartan, die dieses Mal wirklich schwer beschäftigt ist, also die dieses Mal wirklich, äh, komplett das Gegenteil tut. Nein, Quatsch, sie sitzt immer noch da. Das hat mich irgendwie am meisten irritiert, wirklich. Was soll das? Kann man sich nicht irgendwas mit der ausdenken, dass die da sitzt und ihre Waffen schleift oder versucht was anzubauen? Irgendwas. Gibt der Frau was zu tun? Das Einzige, was man, sie sitzt jetzt ein bisschen aufrechter als letzte Woche. Also das ist wirklich das und ich frage mich auch, habt ihr in dieser Welt oder in diesem Tempel oder in diesem wirklich keine andere Möglichkeit? Das fühlt sich alles so leer an, das ist so, sie sitzt halt dort und wartet auf ihr Stichwort. Ja, also die offizielle Erklärung ist ja, sie ist niedergeschlagen und sitzt da und grübelt, weil ihr Plan, wie der Mandalore zu errichten, gescheitert ist. Äh, sie ist ja nicht depressiv oder sowas. Sie sitzt einfach da und ist angepisst und das ist so, wie du gesagt hast, sie wartet auf ihr Stichwort. Sie ist eine Schachfigur, die jetzt irgendwie bewegt wird, die ihren Einsatz hat, aber lasst sie wie ein Charakter wirken, verdammt, gebt ihr irgendwas zu tun. Ja. Ja, sie sitzt jedenfalls da, sie sieht Mandos Gleiter heranfliegen, sie sagt, ich hab die Schnauze voll, wir werden uns jetzt seiner entledigen, wo ich zuerst dachte, oh, mh, jetzt ist er aber ganz, ganz anders drauf. Aber nein, sie ändert schlagartig ihre Meinung, als sie sieht, das stimmt doch etwas nicht, als Grogu alleine aus dem Gleiter kommt und sie sagt sich, machen wir uns bereit, du musst mich zu ihm bringen. Sie fliegen dorthin, wir haben noch ein bisschen Lore über Mandalore, haha, und sie erklärt ihm noch ein kleines bisschen was über den Planeten und ihre Vorfahren und merkt auch, dass der kleine deutliche Fortschritte gemacht hat. Und so begeben sie sich dann, ja, ich meine, sie ist beeindruckt davon, dass er in der Lage war, einen Gleiter zu bedienen, zu ihr zu kommen. Er ist nach wie vor ein 50-jähriges Baby. Sie kommen jedenfalls dort an und begeben sich auch in die Höhle. Und ja, du hast vollkommen recht. Also, das, das Writing, das, das hat in dieser Episode einen Absturz, das hat es wirklich vorher in der Serie auch noch nicht gegeben. Ich will nicht mit Absicht so negativ sein, aber wie wenig hier einem gegeben wird, das, das ist teilweise schon wirklich allerhand. Denn wir haben wirklich, fragt sich, die gleichen Stationen nochmal. Bo-Katan trifft mit Grogu auf die Höhlen-Trolle. Und wir haben einen erneuten Kampf, Mandalorianerin gegen die zwei Höhlen-Trolle. Bo-Katan ist deutlich besser im Fighten und macht sie fertig. Sagt zu Grogu auch noch, da hast du gedacht, dein Vater ist der einzige Mandalorianer, der einzige, der das kann. Warum? Warum sollte Grogu irgendwie jetzt verdutzt sein, dass Bo-Katan so leicht mit denen fertig wird? Er hat sie ja vorher schon mal in Action gesehen. Und er hat sie auch zu Hilfe geholt. Ja. Hä? Ja. Ja. Warum hat sie es dann nötig, vor einem Baby anzugeben? Okay, sie braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Ja. Und dann, finde ich, haben wir eine verpasste Chance. Denn dieses spinnenartige Vieh hat Mandu ja in ihren Klauen, in seinen Klauen und schiebt ihm irgendeine Art Rohr ins Rückenmark und pumpt ihm Blut ab oder was auch immer das war. Und ich hätte gerne jetzt wirklich mehr erfahren über diese Kreatur. Vielleicht werden wir das ja später, wenn wir mehr Zeit auf Mandalore verbringen und diese Kreatur wiedersehen. Das könnte tatsächlich ein Setup sein für spätere Folgen. Weil du hast dann, Bo-Katan kommt vorbei, schafft es ihn zu retten, bevor diese Kreatur es schafft, ihn zu töten. Wir haben einen ordentlichen Fight. Sie nutzt das Darksaber, um es aufzuschlitzen. Und die Kreatur entkommt. Sie kann irgendwie... Nee, Moment. Sie kann sich irgendwie wieder zusammensetzen und greift nochmal an, als Mando sagt hinter dir. Und dann schlitzt sie ihn wieder auf. Aber ist der Kopf danach entkommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Hier hat man sich aber dieser Kreatur zumindest halbwegs Mühe mit dem Design gegeben. Du hast diese Alien-Roboter-Mixtur, die unabhängig ohne Körper agieren kann, sich einen neuen Körper zusammensetzt. Das ist für mich vom Charakterdesign ein bisschen zu viel Aufwand, um einfach nur so das Monster zu sein, das man aus dem Weg schaffen muss, um eine Gefahr zu überwinden. Und ich glaube schon, da sehen wir noch was von. Das stimmt. Und ich fand ja auch, also in diesem Wesen und dieser Kreatur, der Stark hat auch noch viel mehr drin. Oder in diesen kleinen Szenen stark auch viel mehr drin, als jetzt auch bei diesen Trollen, die halt wirklich einfach nur da plötzlich aus dem Dunkeln gesprungen haben und so. Ja, Potenzial sehe ich da auch. Aber ja, eventuell, eventuell. Okay, ich meine, das ist immerhin etwas, wenn die Serie auch manchmal Charaktermotivation einfach fallen lässt. Bestimmte Figuren, Objekte, Storylines werden doch meistens wieder aufgegriffen und kommen wieder. Also ich glaube schon, da gibt es noch was zu. Aber auch hier dann, also es nützt mir halt auch nichts, wenn so als Einführung, wenn das jetzt auch keine Konsequenzen wieder so hat, weil natürlich war klar, dass Bukatan ihn rettet und dass da nichts weiter groß passiert. Das stimmt. Da blickt wirklich am deutlichsten durch, dass wir Dinge einbauen mussten, um A, einen bestimmten Actiongehalte der Episode zu haben und vor allen Dingen B, um den Weg zu den Bädern von den Minen von Mandalore nicht so einfach zu gestalten. Ja. Du hast wirklich gemerkt, die sitzen da, ja dazwischen muss aber noch irgendwas passieren. Ja, dann wird er gefangen genommen, dann holt Grogu Hilfe, dann befreit er ihn und dann können sie da hingehen. Okay, ja, gut, dann machen wir es so. Dann haben wir die Episode damit vollgekriegt. Und so ist es dann auch. Wir haben eine kurze Abblende, weil Mando das Bewusstsein verliert. Er kommt wieder zu sich. Er ist ziemlich geschwächt. Bukatan macht ihm eine Suppe. Und hier meine ich, ein kleines Easter Egg entdeckt zu haben. Denn sie sagt ja zu ihm, was, du bist ein Mandalorianer und du hattest noch nie Pork-Suppe? Und wenn das das richtige Wort war, auch genauso geschrieben, wir erinnern uns, die Porks sind die kleinen Kreaturen aus Episode 8. Stimmt, sind das diese Pinguin-Dinge? Genau, die da auf dem Planeten sind, auf dem Luke sich verschanzt hat. Wo Chewbacca ja fast einen gebraten und essen wollte. Also Gott, sind diese Kreaturen so köstlich? Ich meine, Chewbacca hat sie gebraten wie ein Hähnchen und jetzt macht man auch noch Suppe aus ihnen. Oh je. Aber ja, ja stimmt, das ist mir, ich hatte es tatsächlich, ich hatte als erstes an, ist Pork nicht auch einfach Schweinefleisch? Aber ja, natürlich, du hast natürlich vollkommen recht, wahrscheinlich wurden die Pork gemeint. Ich glaube nicht, dass es gewöhnliche Schweine gibt im Star-Wars-Universum, das wäre ja seltsam. Und hier ist mein Schäferhund und hier ist meine Katze. Aber ja, natürlich, nee, aber das war mein erster Gedanke, aber natürlich gibt es viel mehr Sinn, wenn es die kleinen Pinguine mit den süßen, großen Augen da sind. Ja, die waren auch dafür da, irgendwie nur Merchandise-Verkäufe in die Luft zu schießen. Die sind praktisch die Evox der Sequel-Trilogie. Und dann werden die gebraten. Oder ist das jetzt ein kritischer Kommentar auf unseren Fleischkonsum? Und so, ja, stimmt. Wirklich clever. Ja, ja, irgendwann decken wir hier das alles noch auf. Ja, wirklich, ja. Niedliche Tiere soll man nicht essen, damit werben ja Leute, die dagegen sind, auch immer. Oder war es Foreshadowing, wenn jetzt alle Leute denken, ach, guck mal, wie süß Grogu ist. Gut. Ja, das würden die niemals machen. Also, das wäre mal eine Episode, die heraussticht. Aber. Ja, ja. Und die würde, die würde Kinder den gleichen Schock verpassen wie anderen Generationen damals der Tod von Bambis Mutter. Das wäre ein absolutes Unding. Ja, Manuel erholt sich einigermaßen, schüttet die Porksuppe in sich rein. Gott, ich kann dabei nie zusehen, wenn er irgendwie Nahrung durch den Helm zu sich nimmt. Also, er ist doch unter Bandalorianern und unter Grogu und nimmt den verdammten Helm ab. Ich meine, das ist praktisch physikalisch unmöglich. Das müsste alles daneben gehen. Ich habe mich ja auch gefragt, also, er wäscht sich ja dann rein, also, das ist ja erst danach, also, kannst du nicht noch schnell den Helm abnehmen, weil dann wäscht du halt zweimal Helm abnehmen mit einmal weg, oder? Oder geht das nicht? Ist das zu einfach gedacht? Ist das, ist die Religion da komplexer? Das heißt, wenn du zweimal verstoßen hast, da musst du zweimal so lange da drin baden. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, er sollte sich ja reinwaschen dafür, dass er den Helm abgenommen hat vor anderen Leuten. Bis es soweit ist, kann er doch dann den Helm so oft abnehmen, wie er will, oder etwa nicht. Ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich ist er dafür zu stolz, oder ist er dafür zu, nein, ich habe das jetzt schon immer so gemacht. Ja. Von diesem Hinterfragen war übrigens, aus letzter Folge war in dieser Folge auch überhaupt keine Spur da eigentlich, also von diesem, ich habe ja gedacht, okay, mit Bo-Katan hat man auch so eine Figur, die da wirklich, vielleicht mal an diesen Mandalorian, an diesen Kult oder was auch immer, daran rüttelt, an diese Gilde. Aber hier ging es dann doch recht oberflächlich zu, was das alles, aber ja, ich weiß, da sind die Erwartungen wahrscheinlich auch die falschen. Ja, Bo-Katan hat das ja gemacht, aber das hat sich immer nur darin geäußert, dass sie halt vor anderen Leuten den Helm abnimmt und ihr das egal ist und das war's. Wo ist da ihre große Revolution oder ihr neuer Denkansatz? Ja, eben, deswegen, ich hatte ja gehofft, dass man das vielleicht mal so ein bisschen ergründet oder so, aber ja, ich gehe da zu naiv ran wahrscheinlich an diese Serie. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass sie sich das aus den Rippen schneiden, wenn sie es brauchen, dass wenn es dann zum Ende der Staffel, ja, dass wir, wenn wir uns zum Ende der Staffel hin, brauchen wir noch einen großen Konflikt und auf einmal aus dem Nichts will Bo-Katan jetzt das und das. Und dann gibt's halbe Stunde einen philosophischen Diskurs darüber. Das spielt dann alles nur in einer von so einer Höhle, die sitzen sich einfach gegenüber und debattieren dann darüber. Ja. Fände ich cool. Und dann, ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt, nur halt natürlich mit eingeschobenen Sequenzen, die das Ganze auflockern. Dann kommt auf einmal ein Monster, dann gibt's einen Kampf. Zwischendurch klopft mal der Troll an. Ja. Und dann setzen sie sich wieder hin. Aber ich denke jedenfalls, dass dein Ansatz viel zu radikal ist. Genau, genau. Ja, Bo-Katan sagt zu ihm, ich werde dich begleiten, denn ich weiß ganz genau, wo die Bäder sind in diesen Mieten. Wir müssen noch weiter runter. Und sie gleiten noch weiter runter. Und es wird immer dunkler. Und immer noch dunkler und immer schwieriger zu sehen. Ja, oh Gott, das hat dir wirklich nicht gut getan. Aber gut, wir haben ja auch so gesehen keine Action-Sequenzen mehr bis dahin. Und Bo-Katan erzählt ihm ein bisschen was von dem, was da so passierte, wie was für ein stolzes Volk sie waren und wie schlimm es war, als das Imperium alles ausradierte. Und dann erzählt sie auch von ihrem Vater. Und von einer großen Legende, dass ihr Vater besiegte den großen Bythosaurus. Oder wie hat sie das genannt? Ein sehr bedrohliches, großes Tier. Ihr Vater hat ihn niedergerungen. So wie damals bei den Simpsons Jebediah Springfield den Bär niedergerungen hat, als er Springfield gründete. Warum ist das die erste Assoziation, die mir dazu einfällt? Keine Ahnung. Denn so war es. Ihr Vater besiegte diese große Kreatur, wurde der Held von Mandalore und hat alles so erbaut. Und scheinbar. Denn, als wir dort ankommen, an den Bädern von Mandalore, entledigt sich Mando seiner Waffen. Und für einen Moment habe ich gedacht, zieht er sich jetzt komplett aus? Wie weit gehen wir denn jetzt? Vor allem jetzt, wie albern er das ausgesehen hat. Er zieht alles aus, außer den Helm. Exakt. Das wollt ihr doch jetzt nicht wirklich machen, oder? Wisst ihr, wie bescheuert das aussieht, wenn der aussieht wie ein Stripper mit Mandalorianer-Helden? Das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Nein, nein, er entledigt sich nur der Waffen und den schwersten Teilen und begibt sich langsam ins Wasser und sagt den Spur auf. Und er stürzt. Völlig aus dem Nichts stürzt er in die Tiefe hinab. Was nicht verwunderlich sein sollte. Es ist ein altes Gemäuer, da ist vieles kaputt. Also das ist jetzt nicht so der große, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Er kommt nicht wieder hoch. Ja gut, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Er kommt nicht wieder hoch. Aber der Runterfall, der hätte man sich denken können. Aber er hat ja auch sein Jackpad nicht mehr. Ja, Bokatan hechtet hinterher und Mando sinkt einfach so stillschweigend auf den Grund. Ja vor allen Dingen, warum? Er wurde nicht angegriffen, er hätte auch wieder hochschwimmen können. Er liegt da einfach wie ein nasser Sack auf dem Grund. Die Rüstung ist sehr schwer. Okay, gut. Da kann man nicht drin schwimmen, wenn man das Jetpack nicht hat. Genau. Lassen wir das mal gelten. Bokatan springt hinterher. Kommt bis zum Grund. Dort liegt er. Sie packt ihn, um wieder an die Oberfläche zu gelangen. Und dann gibt es einen Riss in ihrer Geschichte. Gibt es vielleicht die komplette Entlarvung der Mandalorianer Historie. Denn der große Mythosaurus, Zuschauer seid nicht böse. Ich habe es komplett vergessen, wie die Kreatur hieß. Vielleicht werden wir es nochmal aufrufen müssen. Ist dort. Quick lebendig sitzt er in der Ecke und schillt. Start die beiden einfach nur an. Und hat auf alle Fälle eine gewaltige Größe. Also man hat nur das Gesicht, das Auge gesehen. Man kann sich halt denken, diese Kreatur ist mächtig. Sehr viel größer als etwa ein Rennkor. Und sie kommen wieder an die Oberfläche. Mando muss sich erstmal wieder vom Schocker holen. Bokatan ist geschockt, weil sie nicht glauben kann, was sie da gesehen hat. Denn das bedeutet, das ist wohl alles erstunken und erlogen. Und ihr Daddy hat den großen Mythosaurier niemals erschlagen, besiegt, erstochen oder wie auch immer die Legende ging. Und dann war es das. Zack, bumm, aus, Abspann. Ich fand es ein bisschen abrupt dieses Mal irgendwie. Also kurz, ich musste erstmal, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin, ich habe die Filme von Star Wars gesehen. Wie gesagt, die letzten Serien habe ich auch alle ausgelassen. Und musste mir dann auch erstmal anlesen, was denn diese Kreatur, dieser Mythosaurier, ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut, das ist wirklich Mythosaurier. Wie lange richtige Fenster tatsächlich schon darauf warten. Und das jetzt hier halt, okay, jetzt hat die Episode halt ihren Punkt erreicht, wofür sie da war. Um nämlich zu zeigen, guck mal, hier unten lauert noch was. Inwiefern man gegen den Mythosaurus kämpfen kann, kommt er aus dem Wasser raus, kann er an die Oberfläche, keine Ahnung. Das wird man da doch dementsprechend zeigen müssen. Nur, das ist halt ein Cliffhanger-Ende. Aber was du gerade gesagt hast, Fans haben darauf gewartet? Oder, also kommt der Mythosaurus schon in anderen Star Wars Medien vor? Und wird, was die, was die, mal was den Mandalorianer Hintergrund betrifft, schon mal erwähnt? Du, tatsächlich, also ich habe mir Artikel dazu durchgelesen, weil ich wissen wollte, was ist denn mit dem, warum jetzt alle so aufgeregt sind, wegen diesem, wegen diesem schummrigen Auge, was man dort in dem Unterwasser gesehen hat. Ich konnte sich ja noch gar nicht so richtig erkennen oder einordnen, was das ist. Und ich habe mich durchgelesen, dass da wo schon drauf gewartet wurde, wer diese Fanbase ist. Das könnt ihr, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Star Wars Fans seid und tatsächlich hier dran seid bei unserem Recap, könnt ihr uns ja gerne schreiben. Ähm, ich hatte das nur gelesen und wahrscheinlich ist das wohl so. Ja, ich meine, das muss ich ja übrigens sagen, das Auseinandersetzen mit den Star Wars Shows macht mich als Fan immer sehr demütig. Weil ich, es gab mal eine Zeit, da hätte ich mich selbst als riesen Star Wars Fan bezeichnet. Und dann stelle ich beim Gucken dieser Serien immer wieder fest, davon habe ich noch nie was gehört, davon habe ich noch nie was gehört. Das sehe ich zum ersten Mal. Und alle, ich gucke mir andere Reaction-Videos zum Beispiel auf YouTube an und andere. So, oh, das ist der und der, oh, das ist doch nicht deren Ernst, die bringen das jetzt da rein. Und die, ja, ich habe keine Ahnung, tut mir furchtbar leid. Deswegen warten wir ja auch eigentlich auf jemanden hier im Recap, der tatsächlich vielleicht diese, genau das verspürt, wenn er Mandalorian schaut. Bisher hat es noch nicht geklappt, vielleicht in einer der kommenden Ausgaben. Aber bei uns hat man halt eher diesen Blickwinkel, ja, bei dem fällt das alles weg, dieses Hintergrundwissen oder dieses Gefühl, was sich eben um diese Kreatur vielleicht aufbaut, wenn man nicht tief genug drinsteckt. Und dann ist es halt auch diese Folge eine ziemlich lahme Geschichte. Ja, sagen wir mal so, ich mag ja Easter Eggs, wenn ich sie verstehe. Wir hatten ja bei der Episode letzte Woche diese Sache mit dem Marktplatz auf Navarro, wo du halt ein paar bekannte Gesichter gesehen hast. Und ich habe aufgezählt, wer das ist. Nur ich merke halt deutlich, mein Wissen geht nicht so weit in die Tiefe, dass ich all diese Anspielungen verstehe. Und so ist es dann, wie du gesagt hast. Wenn dieser Aspekt wegfällt, dann hat man, dann ist alles, was man hat, eben das Writing, die Inszenierung. Und ja, die ist bis jetzt in dieser Staffel deutlich uninspirierter und noch simpeler gestrickt als in den Episoden davor, in den Staffeln davor. Man merkt halt ziemlich deutlich hier diese Mechanismen, die hier in Gang gesetzt werden. Das führt zu das, das führt zu das, wir müssen ein bisschen Action einschieben, wir müssen ein bisschen dies einschieben. Und bisher mangelt es mir da wirklich an, nicht nur an Kreativität, sondern eben auch an einem Erzählrhythmus, der nicht so deutlich offenbart, was er ist. Also irgendwie, ich will nicht unbedingt das Wort Faulheit benutzen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, bei den Staffeln zuvor war man bisher irgendwie mit mehr Enthusiasmus am Werk. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da große Qualitätsunterschiede zu den ersten beiden Staffeln sehe, sofern ich sie noch in Erinnerung habe. Und ich finde jetzt in dieser Episode, und das ist halt auch keine Auftakt-Episode, sondern wir sind jetzt drin in der dritten Staffel. Und da konnte ich in der letzten Woche noch sagen, okay, wir starten wieder etwas seichter vielleicht und gucken mal, wie sich es entwickelt. Aber jetzt sind wir hier schon bei Folge 2 und es entwickelt sich halt eher in eine Richtung, wo ich sage, mir fehlt es auch irgendwie an den großen Einfällen, die mich irgendwie am Ball halten. Und ich habe die Befürchtung, dass es vielleicht so weitergehen wird. Das glaube ich auch. Viele haben positiv vermerkt, dass man sagt, oh, wir sind ja immerhin jetzt schon in den Mien von Mandalore. Ich dachte, wir verbringen eine komplette Episode auf dem Weg dahin. Aber wenn wir jetzt schon in den Mien von Mandalore sind, gut, dann haben sie hoffentlich mehr im Petto, was damit gemacht werden soll. Weil die Befürchtung war ja auch da. Es hätte vielleicht noch länger dauern können, bis wir dahin kommen. Aber nun gut, inhaltlich ist diese Episode deutlich dünner als die erste. Und das mag was heißen. Das mag was heißen, hat aber hier und da ein paar nette Charactermomente, was Grogu und Bo-Katan anbelangt. Und ja, es ist schon wieder wie beim letzten Mal. Das Setup ist interessant, aber jetzt wird es langsam mal wirklich Zeit, dass sie damit auch was Interessantes machen. Und uns nicht immer nur mit kleinen Brotkrumen vertrösten. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei dir, Paul. Sehr gerne. Danke euch allen fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder zurück. Mit hoffentlich Erbaulicherem, was wir euch zu erzählen haben. Oder auch eben daran zu kritisieren und zu analysieren haben. Gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören und das ist der Weg. Das ist der Weg. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.